Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben, willkommen bei Let's Play Fallout 4, ich bin Kofgeburt, wir haben beim letzten Mal die Atomwaffen für den Atomrucksack für Liberty Prime aufgesammelt. Ich habe bewusst den Cliffhanger dagelassen, den Knopf nicht zu drücken, ich bin noch ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, ob das jetzt die Story ein bisschen zu weit vorantreibt, sodass ich vielleicht ein paar andere Quests nicht mehr machen kann, aber da ihr wieder eingeschaltet habt, denke ich, habt ihr euch verdient, dass ich den Knopf jetzt drücke. In diesem Sinne, BAM! Liberty Prime ist online. Okay, lassen wir ein paar Diagnosen durchlaufen. Diagnosebefehl akzeptiert. Lasst ihm einen Augenblick, er muss sich an die neue Konfiguration anpassen. Stimmmodul online. Test der Audio-Funktionalität gestartet. Bezeichnung Liberty Prime Mark II. Mission die Befreiung von Anchorage, Alaska. Primäre Ziele alle rotchinesischen Invasoren. Ich führe jetzt eine Systemanalyse durch und prüfe die Kampfbereitschaft. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Warnung. Atomwaffen-Munitionsvorrat aufgebraucht. Neubestückung erforderlich. Warnung. Energiekern offline. Betrieb durch externe Energiequelle. Neustart des Kerns empfohlen. Fähigkeit, rotchinesische Invasoren abzuwehren, nicht gegeben. Alle Anzeigen sind auf grün. Von meiner Seite aus sieht er gut aus. Doktor, es wäre gut, wenn du den großen Burschen im Auge behalten könntest. Wenn es dir nichts ausmacht. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob wir es hinbekommen würden. Aber Liberty Prime scheint zu funktionieren. Yay! Mit ihm auf unserer Seite hat das Institut keine Chance. Das sehe ich ganz genauso. Bevor du dich an deinen nächsten Auftrag machst, habe ich noch was für dich. Die kleine Schönheit habe ich selbst entwickelt. Wird deiner Power-Rüstung etwas mehr Wumms verleihen. Juhu! Das wäre wirklich nicht nötig gewesen, Ingram. Ach komm schon. Das hast du dir verdient. Außerdem wird Liberty Prime ganz sicher nicht losziehen, um dir ein Geschenk zu besorgen. Wie dem auch sei, du solltest jetzt besser zurück zur Pridwen. Ältester Maxon meinte, er müsste mit dir reden, sobald wir hier fertig sind. Und danke, Retter. Ohne dich wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Tja. Somit hätten wir auch diese Mission endlich abgeschlossen. Retter. Ähm, stand hier nicht irgendwo? Ständer für Power-Rüstung. Wo ich meine, vielleicht endlich mal reparieren kann. Egal, begeben wir uns jetzt erstmal zur Pridwen. Und berichten Ältester Maxon nochmal, was für ein toller Hecht wir sind. Schauen wir mal, was er noch zu sagen hat. Und vor allem, warum die nächste Mission Blinder Verrat heißt. Das macht mich gerade ein bisschen neugierig. Ich denke mal, euch auch vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, der sieht schon, der guckt schon wie so ein Badass. Gibt es etwas, das Sie mir sagen wollen, Ritter? Ganz und gar nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Proktor Quindon hat die Daten entschlüsselt, die Sie aus dem Institut mitgebracht haben. Darunter war auch eine Liste von Synths, die verschwunden oder aus der unterirdischen Anlage geflohen sind. Bei der Analyse der Daten haben wir etwas Beispielloses entdeckt. Paladin Dance entspricht exakt einem der Synths auf dieser Liste. What? Das ist unmöglich. Ich befürchte, dass dem so ist. Die Beweislage ist eindeutig. In den Daten, die Sie mitgebracht haben, waren DNS-Profile aller Subjekte. Wir haben von jedem unserer Soldaten ebenfalls ein DNS-Profil. Paladin Danzes DNS-Profil entspricht exakt dem eines Synths mit der Bezeichnung M797. Und zu allem Überfluss hat er sich auch noch unerlaubt von der Truppe entfernt. Er ist spurlos verschwunden. Sein plötzliches Verschwinden bestärkt uns in der Schlussfolgerung, dass Paladin Dance dieser M797 ist. Ich kann kaum glauben, dass er Ihnen das nie erzählt und Sie dann zu Verschwiegenheit verpflichtet hat. Glauben Sie mir. Er hat mir nie gesagt, dass er ein Synth ist. Offenbar habe ich Sie falsch eingeschätzt. Und das bedeutet, dass ich Ihren Worten glauben werde. Das entbindet Sie allerdings nicht von Ihrer Pflicht. Dance ist ein Synth. Er steht für alles, was wir verabscheuen. Eine technologische Monstrosität. Unsere Mission im Commonwealth ist eindeutig. Das Institut und all seine Schöpfungen müssen vernichtet werden, um unsere Zukunft zu schützen. Was mich zum schwierigsten Befehl bringt, den ich Ihnen je erteilt habe. Ich befehle Ihnen, Dance aufzuspüren und zu exekutieren. Du Scheiße. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Auf keinen Fall. Meine Entscheidung ist endgültig. Hören Sie, mir ist klar, dass Dance Ihr Mentor war und dass das hier nicht leicht werden wird. Aber wenn wir stark bleiben wollen, dann darf es keine Ausnahmen geben. Selbst wenn das bedeutet, einen von uns zu töten. Begeben Sie sich zu Proctor Quinlan. Er hat die Daten analysiert und wird Ihnen sagen können, wo Sie anfangen sollen. Und Ritter, mit dieser Mission können Sie sich eine Beförderung verdienen. Also enttäuschen Sie mich nicht. Sie können wegtreten. Ach du Scheiße, nee. Kann doch nie wahr sein, dass der ein Zünd ist. Er erklärt aber zumindest, warum er so ein Picht darauf war, bei den Atombomben bleiben zu wollen. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich auch, wäre ich mit einem anderen Begleiter da hingegangen, wäre er wahrscheinlich auch aufgetaucht. Er hätte gesagt, hey, ich bleib mal hier. Bestimmt sich, hat der die Waffen für das Institut oder so ein Quatsch. Achtung, Bravo 64 bei Rüstungsbucht 2 melden. Bravo 64 zu Rüstungsbucht 2. Nicht wundern, ich will jetzt erstmal meine Rüstung reparieren. Also ganz ohne Rüstschutz ist das schon recht doof. Findet ihr nicht? Okay, dafür habe ich jetzt nicht mehr genug Zeug. Sonst ist alles repariert. Wunderbar. So, jetzt erstmal quatschen. Ich muss dann jetzt nicht hier die Energiekerne sinnlos aufbrauchen. Scheiß die Wand an, ey. Da muss jetzt erstmal drauf klarkommen. Entschuldigung, Proktor Quinlan. Oh, Ritter. Man hatte mir gesagt, dass du kommen würdest. Die Sache mit Dance tut mir leid. Wir werden ihn vermissen. Das bezweifle ich. Ich vermisse einen Synth genauso wenig wie ein Transistorradio. Du hast mir nur Leid getan, weil er dich getäuscht hat. Aber egal. Ich habe mir Danzes Einsatzberichte angesehen, aber leider konnte ich keinerlei konkrete Hinweise finden. Wie du sicher weißt, kennt Dance sich im Commonwealth gut aus. Daher fürchte ich, es gibt zahllose Verstecke für ihn. Ich glaube, wir sollten sämtliche Orte, die er besucht hat, bestimmen und sie nacheinander als Versteck ausschließen. Du kannst es dir ruhig gemütlich machen. Das könnte eine Weile dauern. Was zum Teufel ist das für eine Scheiße von wegen Dance wäre ein Synth? Ich vermute, mit einem Wutausbruch willst du gewisse Zweifel bezüglich Danzes Identität zum Ausdruck bringen. Ich versichere dir, meine Erkenntnisse sind absolut korrekt, Gelehrte. Er sucht dir Dance also und du haust ihn um. Soll das so laufen? Woher weißt du davon? Es gibt keine Geheimnisse in der Bruderschaft. Maxon hat verlangt, dass wir Paladin Dance aufspüren und dir dann seinen Aufenthaltsort melden sollen. Das kann nur bedeuten, dass du ihn zur Strecke bringen sollst. Befehl ist Befehl. Befehl ist Befehl? Mehr hast du nicht zu sagen? Ich kann nicht glauben, dass du Paladin Dance einfach so im Stich lässt. Nach allem, was er für dich getan hat. Es liegt ganz offensichtlich ein Fehler vor und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Gelehrte Haylen. Du sprichst mit einem vorgesetzten Offizier. Du wirst ihm die nötigen Respekt zollen. Sonst lasse ich dich vor ein Kriegsgericht stellen. Sofern du keine Informationen hast, die uns helfen können, schlage ich vor, dass du sofort zum Polizeirevier zurückkehrst. Natürlich. Ich bitte um Entschuldigung, Proktor. Ich glaube, ich habe Informationen, die relevant für die Suche sein könnten. Na gut. Würdest du sie uns dann bitte mitteilen, oder müssen wir warten, bis du bereit bist, uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen? Ritter, wenn du mich bitte aufs Flugdeck begleiten würdest, ich möchte dir die Informationen, die ich zusammengestellt habe, direkt zeigen. Ich habe die Daten auf dem Computer meines Vertibirds gespeichert. Ich nehme alles, was mir hilft, Danz zu finden. Ja, Sir. Geh ruhig, Ritter. Ich setze hier meine Nachforschungen fort. Bitte mir nach, Sir. Ich werde gerade den Verdacht nicht los, dass vielleicht nicht, ähm, Danz der Synth ist. Um es mal so zu formulieren. Sondern vielleicht wer anders. Zum Beispiel Proktor Quintland. Deswegen bin ich gespannt, was sie mir zu sagen hat. Bestimmt sagt die jetzt, hey, pass auf, so und so. Ich habe eine Nachricht von Danz erhalten und er sagt, So schaut's aus. Vielleicht ist auch ältester Mechsen ein Synth. Ach, schwierig, schwierig alles. Gelehrte? Hier lang. Willst du Paladin Danz wirklich töten? Teufel, nein. Das ist eine heikle Frage, Helen. Ich möchte, dass du mir einen Moment zuhörst. Ich kenne Paladin Danz, seit ich eine Anwärterin war. Er hat mich ausgebildet. Mir alles Wichtige beigebracht. Und er hat mir gezeigt, wie ich weitermache, wenn ich mal Mist gebaut habe. Ich bewundere und respektiere ihn. Und ich betrachte ihn als einen Freund. Mir ist egal, was in Quintlands Bericht steht. Mir ist auch egal, ob er eine Maschine ist oder nicht. Er ist und bleibt Danz. Das ist eine ziemlich gewagte Aussage. Es ist mehr als eine Aussage. Es ist eine Bitte. Danz ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Er hat sein Leben riskiert, nur um seinen Prinzipien treu zu bleiben. Deshalb bitte ich dich, nicht nur als Mitglied der Bruderschaft, sondern auch als Mensch, gib ihm die Chance, dir seine Seite der Geschichte zu erzählen. Wenn er dich nicht überzeugen kann, oder er uns tatsächlich verraten hat, dann tu, was getan werden muss. Ja, klingt gut. In Ordnung. Ich werde ihn anhören. Um mehr bitte ich dich nicht. Ich werde einfach darauf vertrauen müssen, dass du das Richtige tust, wenn die Zeit gekommen ist. Bevor die Pritwin ankam, hat Danz mich einen Rückzugspunkt suchen lassen, falls wir das Polizeirevier verlieren sollten. Das war der Horchposten Bravo. Eine Einrichtung der US-Armee aus Vorkriegstagen, die an der nördlichen Grenze des Commonwealths liegt. Der Posten ist sehr abgelegen und nur wir wissen von ihm. Von daher schätze ich, dass er dorthin unterwegs ist. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, in welchem Geisteszustand er sich befindet oder ob er uns noch traut. Horchposten Bravo. Ich glaube, den habe ich sogar zwischenzeitlich schon entdeckt. Oh Mann. Ich hole mir aber trotzdem, glaube ich, besser meine Power-Rüstung, weil wenn es zu einem Techtel-Mächtel mit Waffengewalt kommt, wäre es, glaube ich, besser, wenn ich vorbereitet bin. Ja, und direkten Fusionskellen sind sehr schön. Ich glaube, ich kann nicht stoppen, aber das geht nicht. Puh. Schon der zweite Mindfuck in diesem Spiel. Wobei ich beim ersten... Ich glaube, bei beiden irgendwie, weiß ich nicht, bin skeptisch. Also einmal, dass Vater angeblich mein Sohn ist, da bin ich skeptisch. Und, ja, ob er jetzt wirklich ein Synth ist? Ich weiß nicht. Naja, ich werde es rausführen. Der Neue ist jetzt auch relativ wert, Herr. Und ich mache erst mal die Markierung weg. Ich glaube, ich habe den Bravo schon gefunden. Ach ja, genau. Das ist doch da, wo diese schönen Geschütze, die an der Wand hängen, diese Lasergeschütze, direkt auf uns geballert haben. Vor wenigen Folgen, falls ihr euch entsinnen könnt. Ich glaube, das war die vorletzte Folge oder so. Jedenfalls die, wo ich die ganzen Nebenquests gemacht habe. Naja. Ich bin gespannt, ob ich jetzt auch direkt von ihm angegriffen werde. Oder was auch immer. Ja, genau. So, schnapp ein. Okay. So, erstmal entsperren. Ach, nö. Ha, Klammer. Du warst mein bester Freund. So, geht's. Schwing. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Und da liegt auch was Süßes. Ja, hier. Was haben wir hier? Gucken wir mal. So, jetzt haben wir Strom. Das ist schon mal gut. Dann, ab nach unten. Ich bin gespannt. Und ein bisschen hibbelig bin ich auch, um ganz offen zu sein. Ich hoffe, ich muss ihm jetzt nicht den Schädel eintreten. Allein schon, weil er noch so viel Zeug hat, was ich ihm gegeben habe. Allein die Minigun. Alter. Alter. Echt jetzt? Echt? Oh, warte mal. Oh, ohne Rüstung. Das ist ja schick. Ja, wie komme ich jetzt zu der Rüderung? Ist hier irgendwo rein in der Tür? Nein, da ist einfach ein Loch in der Wand. Warum auch nicht? Ein Mensch wäre nicht so wunderschön, das dann zu Hause zu haben. Das überrascht mich nicht, dass Maxon dich geschickt hat. Er hat sich noch nie gerne selbst um die Drecksarbeit gekümmert. Ich wünschte, du hättest mir die Wahrheit gesagt, Danz. Das hätte ich vielleicht, wenn ich gewusst hätte, was ich bin. Bis Quinlan diese Liste entschlüsselt hatte, ihr dich Sins für den Feind. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu hören bekomme, dass ich selbst einer bin. Wenn Hayley nicht gewesen wäre, würde mir dieses Gespräch jetzt gar nicht führen. Und? Wie lauten deine Befehle? Will mich Maxon überhaupt lebend? Wie konntest du nicht wissen, dass du ein Synth bist? Das ergibt doch für mich auch keinen Sinn. Das fühlt sich an wie ein grausamer Scherz. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich daran, wie ich in den Ruinen aufgewachsen bin. Alles. Ich schätze, das haben sie mir alles einprogrammiert. Ich habe das Gefühl, dass ich stets mein Leben kontrolliert habe. Ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen und so mein Schicksal bestimmt. Selbst wenn die Beweise sagen, dass ich ein Synth bin, fühle ich mich jetzt nicht anders. Ich fühle mich immer noch als Mensch. Warum kümmert dich das überhaupt? Du bist doch offensichtlich hier, um Maxons Befehl auszuführen. Will er mich überhaupt lebend? Nein. Aber ich hoffe, wir finden einen Ausweg. Wird doch kein Blödsinn. Mir ist klar, dass das hier schwierig für dich sein muss. Ich wünschte, Maxon hätte jemand anders geschickt. Aber das alles ändert nichts an den Tatsachen. Ich bin ein Synth. Und das heißt, ich muss zerstört werden. Wenn du deine Befehle missachtest, verrätst du nicht nur Maxon, sondern auch die stählerne Bruderschaft und alles, wofür sie steht. Man kann Synths nicht trauen. Maschinen sollten niemals ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie müssen kontrolliert werden. Technologie ohne Grenzen war es, was die Welt vernichtet und die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Wenn du wirklich so denkst, warum bist du dann überhaupt abgehauen? In dem Moment, in dem ich die Wahrheit erfuhr, wusste ich, dass mein Leben in Gefahr ist. Ich bin Soldat, also hat mein Überlebensinstinkt übernommen. Ich musste mich zurückziehen und die Lage neu einschätzen. Nachdem ich hier angekommen bin, hatte ich Zeit zum Nachdenken. Und ich habe gemerkt, dass ich alles nur noch schlimmer gemacht habe. Ich hätte auf der Pritwin bleiben und das Unvermeidliche akzeptieren sollen. Wie gesagt, ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Die Empathie, die du zeigst, das ist ein menschliches Gefühl. Ich weiß zu schätzen, was du zu tun versuchst, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich bin bereit, die Konsequenzen meiner wahren Identität zu tragen. Maxon hat dir befohlen, mich zu töten. Und ich werde mich dir sicher nicht in den Weg stellen. Gibt es irgendeinen anderen Weg aus dieser Sache? Wir wissen beide, dass das hier das Richtige ist. Wenn du Maxons Befehle nicht ausführst, untergräbst du alles, wofür die Bruderschaft steht. Ich kann nicht zulassen, dass so etwas meinetwegen geschieht. Ach Gott. Ich will Dance nicht hinrichten. Scheiße, wann machen wir jetzt? Nein, ich werde es nicht tun, Dance. Ich kann nicht glauben, dass du dein Leben riskierst, um meins zu schützen. Warum tust du das für mich? Ich habe schon meine Familie verloren. Ich will nicht auch noch einen Freund verlieren. Du hast recht. Dir konnte ich nur so blind sein. Ich sollte bedenken, wie sich mein Tod auf dir auswirkt, die mir nahestehen. Leute wie du und Halen. Jetzt, da du mir die Augen geöffnet hast, kann ich meine nächsten Schritte abwägen. Was immer du tun willst, ich stehe hinter dir. Danke, aber mein Weg muss ich von jetzt an allein beschreiten. Die einzig sinnvolle Alternative ist, das Commonwealth zu verlassen. Je eher ich mich auf den Weg zur Grenze mache, desto eher kann ich das alles hinter mir lassen. Nimm meine Holomarke. Nutze sie als Beweis, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Sonst schickt mir Max nur jemand anders auf den Hals. Dann komm, lass uns von hier verschwinden. Du scheiße. Ich glaube immer noch nicht so ganz, dass der ein Sint ist, also... Schön, dass er das geliebt hat und mich bewundert. Und ich ihn jetzt als Begleiter verliere. Also ich glaube zumindest, dass ich ihn als Begleiter verliere. Aber noch was? Ja, nichts für ein Interesse. Oh man, oh man, oh man, oh man. Komme ich denn noch an meine Sachen von ihm, die ich ihm gegeben habe? Wie können Sie es wagen, die Bruderschaft zu verraten? Das ist meine Schuld, nicht seine. Zu dir komme ich gleich noch. Ritter, wieso wurde dieses... dieses Ding noch nicht zerstört? Er lebt noch, weil Sie ihm Unrecht getan haben. Ihm, Derns, ist kein Mensch, sondern eine Maschine, ein Roboter, erschaffen vom Institut. Es entstammt nicht dem Leib einer liebenden Mutter. Es wurde in einem kalten Labor hergestellt. Fleisch ist Fleisch. Maschine ist Maschine. Diese zwei Dinge sollten sich nie verbinden. Indem es versucht hat, Gott zu spielen, hat das Institut das menschliche Leben entweiht und über alle Maßen korrumpiert. Nach allem, was ich für die Bruderschaft getan habe. All das Blut, das ich in Ihrem Namen vergossen habe. Wie können Sie da so etwas über mich sagen? Du bist die physische Manifestation all dessen, was wir hassen. Technologie, die Grenzen überschritten hat. Sieh dich um, Derns. Sieh dir die verbrannte Erde und die Knochen an, die überall im Ödland liegen. Millionen. Vielleicht Milliarden sind gestorben, weil die Wissenschaft der menschlichen Kontrolle entglitten ist. Sie nennen es eine neue Grenze oder sprechen davon, Grenzen zu überwinden und missachten dabei sämtliche Folgen. Siehst du denn nicht, dass das Gleiche wieder passiert? Du bist eine Bombe in einem Arsenal, das Tausende umfasst. Bereit, die Überreste der Menschheit zu vernichten. Derns will die Menschheit retten und sie nicht zerstören. Sie sind gleichermaßen verblendet, die Ungehorsam. Wie können Sie dem Wort einer Maschine trauen, die glaubt, am Leben zu sein? Eine Maschine, deren Gedächtnis gelöscht, deren Gedanken programmiert, deren Seele hergestellt wurde. Die Werte, die sie zu vertreten versucht, sind nicht ihre eigenen. Sie wurden hier künstlich eingepflanzt, damit sie sich anpassen kann. Das ist richtig. Ich wurde in einem Labor gebaut und einige meiner Erinnerungen sind nicht echt. Aber als ich meine Brüder zu meinen Füßen habe sterben sehen, da habe ich Trauer gespürt. Wenn ich einen Gegner der Bruderschaft besiegt habe, spürte ich Stolz. Und als ich ihre Rede über die Rettung des Commonwealths gehört habe, spürte ich Hoffnung. Verstehen Sie denn nicht? Ich dachte, ich wäre ein Mensch, Arthur. Seit dem Tag, an dem ich in die Bruderschaft aufgenommen wurde, habe ich niemals ihr Vertrauen missbraucht. Und das werde ich auch nie tun. Dafür ist es jetzt zu spät. Das Institut hat dir türrichterweise das Leben geschenkt. Du solltest nicht existieren. Ich werde darüber nicht länger diskutieren. Meine Befehle sind eindeutig. Es ist in Ordnung. Wir haben unser Bestes versucht. Du hast mich davon überzeugt, dass ich mich meiner wahren Identität nicht zu schämen brauche. Und dafür danke ich dir. Wie auch immer du dich entscheidest, ich gehe ohne Zorn und ohne Bedauern in den Tod. Herz erwärmt. Entweder Sie exekutieren der uns jetzt oder ich tue es, Ritter. Die Wahl liegt bei Ihnen. Nach all den Opfern, die ich gebracht, und all den Kämpfen, die ich für die Bruderschaft gewonnen habe, müssen Sie mich anhören. Das sind Sie mir schuldig. Gut. Ich höre. Puh. Ganz egal, ob er ein Mensch ist oder nicht. Dance hat zahllosen Soldaten der Bruderschaft das Leben gerettet. Jetzt ist es an der Zeit, seins zu retten. Sie sind ein dickköpfiger Mann. Wir scheinen hier nicht mehr weiterzukommen. Dance am Leben zu lassen, würde alles untergraben, wofür die Bruderschaft steht. Aber dennoch bestehen sie darauf, dass er nicht getötet wird. Damit bleibt mir nur noch eine Alternative. Dance, soweit es mich betrifft, sind Sie tot. Sie wurden von diesem Ritter der Bruderschaft gejagt und getötet, und ihre Überreste wurden verbrannt. Von diesem Tag an ist es Ihnen verboten, die Pridven zu betreten oder mit Mitgliedern der stillenden Bruderschaft zu sprechen. Sollten Sie diese Regeln ignorieren, werde ich sofort das Feuer auf Sie eröffnen lassen. Haben wir uns verstanden? Ja, danke, dass Sie an mich geglaubt haben, Arthur. Verwechseln Sie Billigung nicht mit Mitleid. Der einzige Grund, weshalb Sie noch am Leben sind, ist er. Ich kehre jetzt zur Pridven zurück, Ritter. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich zu verabschieden. Ich erwarte Sie dann wieder auf dem Schiff. Wir müssen uns noch immer um das Institut kümmern. Puh, da haben wir ja nochmal was vermieden. Was ist mit Halen? Ich glaube nicht, dass Maxen von ihrer Beteiligung weiß. Hier wird nichts passieren. Ich kontaktiere Sie und lasse Sie wissen, was hier passiert ist. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Auf Wiedersehen, Tens. Lebt wohl. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal unter glücklicheren Umständen. Hörst du das? Tja, komme ich jetzt noch irgendwie an meine Sachen? Na, wer schießt auf mich? Mr. Gutzi, ich glaube es ja wohl. Du bist weg. Tja, dann ist wohl alles, was ich dem Dens gegeben habe, für immer verloren. Schade. Ich hoffe, er hatte jetzt keine einzigartige Rüstung oder sowas dabei. Aber irgendwas habe ich ihm, glaube ich, vorhin gegeben. Naja, sei es drum. Dann ist es halt weg. Aber ich bin trotzdem irgendwie noch nicht ganz davon überzeugt. Naja, sehen wir dann ja schon, ne? Ich gehe mal davon aus, dass er noch in irgendeiner Form eine Rolle spielen wird. Später im Verlauf und das jetzt nicht raus ist. Aber wissen tue ich es nicht. Deswegen muss ich mich überraschen lassen an der Stelle. Tja, werde ich degradiert? Kriege ich trotzdem noch meine Beförderung, Boss? Naja, ich denke nicht. Aber wir werden es erleben. Melde mich wie überfohlen, Ältester. Bevor wir weitermachen, möchte ich eine Sache klarstellen. Dies wird das letzte Mal sein, dass wir über Dens reden. Was die stehlende Bruderschaft anbelangt, ist der Tod. Verstanden? Natürlich. Die Bruderschaft muss an erster Stelle stehen. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für sie. Natürlich fehlt durch Dens Hinrichtung jetzt ein Glied in unserer Befehlskette. Dieser Verräter hatte eine relativ wichtige Position inne. Ich bin mir sicher, sie werden ihn würdig ersetzen. Seine Quartiere und seine Besitztümer gehören nun ihnen. Einschließlich seiner persönlichen Powerrüstung. Herzlichen Glückwunsch, Paladin. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Ältester. Würde ich das auch nur im Geringsten befürchten, hätte ich Sie nicht befördert. Bedenken Sie jedoch, dass ein Paladin der Bruderschaft, unseren Brüdern und Schwestern in seiner Rechtschaffenheit ein Vorbild sein soll. Ich gehe davon aus, dass Sie sie nicht enttäuschen werden. Und mich ebenfalls nicht. Wie dem auch sei, wir müssen uns nach wie vor um das Institut kümmern. Vor unserem finalen Angriff wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Derzeit laufen die letzten Arbeiten an Liberty Prime. Captain Kells hat eine mögliche Bedrohung unseres Einsatzes identifiziert. Melden Sie sich unverzüglich bei ihm. Art Victorian, Paladin. Hei, 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 hei. Und es reicht noch nicht mehr für ein Level ab. Ich glaub's ja nicht. Äh, Captain Kells? Ach, da unten, genau. Und dann holen wir uns mal unsere Mission ab. Ah, Paladin. Gut. Jetzt, da die unschöne Sache mit Dan zerledigt wurde, können wir zu unseren Kriegsvorbereitungen zurückkehren. Ich bin bereit, Captain. Gut. Warum ist die Railroad so gefährlich? Sie werden überstandsfähig gegen überlegene Truppen erwiesen und verschwinden, wenn sie in die Enge getrieben werden. Schlimmer noch, sie verfügen über die Möglichkeit, Synths zur Flucht aus dem Institut zu verhelfen. Wenn wir der Bedrohung durch die Synths ein Ende setzen wollen, müssen wir die Lecks stopfen. Um die Railroad zu vernichten, müssen wir zwingend ihre Führung ausschalten, da sie sich ansonsten einfach anderswo neu formieren. Ich habe hier eine Liste der fünf Ziele, deren Tod ihre Befehlskette wohl vollständig zusammenbrechen lässt. Ei, 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 ei. Und die müssen alle sterben. Absolut. Nur so können wir effektiv sicherstellen, dass sie keine Bedrohung mehr darstellen. Bevor du gehst, hat Proctor Ingram noch zusätzliche Aufgaben für dich. Laut unserer Quellen hat die Railroad einen experimentellen Prototypen eines Roboters in ihrem Hauptquartier. Sie nennen ihn die prädiktive Analysemaschine, kurz PAM. Putzig, nicht wahr? Der Roboter führt komplexe, strategische Berechnungen durch, die deutlich effektiver sind als alles, was wir hier hinbekommen. Wenn wir mit diesem Holoband die Sicherheitsvorkehrungen von PAMs Terminal knacken können, wird die Einheit gezwungen, auf die Pridwin zurückzukehren. Wir könnten PAMs Rechenleistung gut gebrauchen. Falls es nicht anders geht, ist die Maschine zu vernichten. Sie darf nicht dem Institut in die Hände fallen. Ei, ei, ei. Kannst du mir mehr über PAM sagen? Wir haben kaum Informationen. Ihre Hauptfunktion ist angeblich das Vorhersagen der Zukunft, anhand von mathematischen Berechnungen. Keine Ahnung, wie gut die Trefferquote ist, aber wenn die Railroad PAM schon so lange einsetzt, scheint es ihnen ja etwas zu nutzen. Ich bin mir sicher, Proctor Quinlan hätte sie nur zu gern in seinem Besitz. Ich glaube, das sollten genug Informationen für die Mission sein, Paladin. Wenn du bereit bist, solltest du zur Old North Church gehen und dich mit unserem Angriffstrupp treffen. Er unterstützt dich mit Sprengstoff und der Feuerkraft, die du brauchst, um die Railroad zu vernichten. Ad victoriam, Paladin. Du Scheiße. Hä, warum kriege ich jetzt Mila? Versuch bitte, PAM, unbeschädigt hier hochzubringen, ja? Ei, 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 ei. Habe ich jetzt noch die andere Quest, die ich umgegangen kann? Fehlgeschlagen. Oh, okay, das war's dann jetzt wohl. Oder? Hä, warum habe ich jetzt eine neue Quest? Ja, Schitte. Okay, dann habe ich es mir damit jetzt wohl endgültig mit der Railroad verscherzt und muss sie leider ausschalten. Kacke. Ja gut, dann ist das wohl so. Das hat man davon, wenn man sich vorher nicht komplett lösend oder sowas durchliest. Aber gut. Ja, dann wissen wir ja, was uns nächste Folge wohl erwarten wird. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.